Er ist Champions-League-Sieger, Vize-Weltmeister, Rapid-Legende und jetzt Trainer des SVH. Die Rede ist von Carsten Janker, der seit elf Jahren in Österreich lebt. Ich fühle mich einfach wohl in Österreich. Wir sind vor elf Jahren nach Österreich gezogen, weil wir meine Frau und ich wieder zurück zur Familie wollten. Wir sind sehr glücklich hier, wir fühlen uns sehr wohl, aber ich glaube, ich werde immer deutscher bleiben. Als aktiver Kicker war er höchst erfolgreich zuletzt im Trainergeschäft tätig beim SK Rapid Wien. Ab sofort trainiert er die Waldviertler. Letztes Jahr gab es die Entlassung bei Rapid. Er hatte dann verschiedene Gespräche und dann kam auch das Angebot von Horn, wo wir uns zusammengesetzt haben, wo auch die Ausrichtung für die kommenden Jahre ausgegeben worden ist. Und wir sind uns eigentlich auch sehr schnell einig geworden mit dem, was wir machen wollen und auch wie die Zukunft ausschauen soll. Und ich fühle mich im Moment sehr wohl hier. Im Heugenjahr ist natürlich da fast drei Viertel der Mannschaft neu ist, so schnell wie möglich als die Mannschaft zusammenzufinden und gleich in der Regionalliga anzukommen. Also nicht einfach zu sagen, wir wollen jetzt das und das, sondern erstmal wissen, in welcher Liga wir spielen, dass das ganz schnell klar wird. Und wir werden nicht ausgeben, Wiederaufstieg oder sonst irgendwas, eine gewisse Demut. Wir wollen ankommen, wir wollen unsere Spiele gewinnen. Ich will auch jedes Spiel gewinnen, aber das ist nun mal, das weiß man, nicht möglich. Aber wir wollen natürlich Fußball spielen und wollen auch erfolgreich Fußball spielen. Aber wir werden kein Ziel ausgeben. Der Kader, der steht zum größten Teil. Nur noch in der Offensive soll noch nachgebessert werden. Ich weiß nicht, es ist eine Position, die im Moment auch noch offen ist bei uns. Wir aber verschiedene Probetrainere haben und ich habe jetzt jemanden, der vielleicht auch in Frage kommt. Und wir werden was wir ändern wollen. Wir werden offensiv spielen und wir hoffen, dass wir einen Stürmer finden, der auch aus der einzigen Chance, die er hat, ein Tor macht. Karsten Janker, der neue Trainer des SV One, hat sich bereits eingelebt in Hohen. Wohnhaft bleibt er aber weiterhin in Wien. Na, ich wohne im 20. und mit einer knappen Stunde Fahrtweg werde ich in Wien bleiben. Dann soll es da noch weiter unterwegs gehen. Jetzt kommt computing, jehm. Aber